Wie man live auf Facebook sieht? Vielleicht möchten einige Benutzer das Live von anderen verwenden und ihnen zuschauen, anstatt ihr eigenes Live auf Facebook einzurichten. Wie andere Anwendungen wie Instagram hat auch Facebook die Möglichkeit, dass eine Person ein Leben darauf führen kann. Jetzt wollen wir gemeinsam in diesem Video sehen, wie man sich ein Live auf Facebook ansieht. Rufen Sie dazu die Facebook-Anwendung auf Ihrem Telefon auf. Klicken Sie auf diese Option aus den obigen Optionen. Klicken Sie jetzt auf Live. Hier können Sie die Arten von Live sehen, die abgehalten werden. Sie können auf diese Option klicken, um es anzusehen. Wie Sie sehen können, wird dieses Live für Sie geöffnet. Eine andere Möglichkeit, es anzusehen, besteht darin, auf diese Option zu klicken und dann etwas nach unten zu scrollen. Klicken Sie erneut auf diese Option. Klicken Sie auf Live-Videos. Danke, wenn dir das Video gefällt und du den Kanal abonnierst, um uns zu unterstützen.